Let's play some games, weil zocken geil ist. Hallo, ich bin Carla Ehlen oder einfach Carla von let's play some games de und heute habe ich was ganz besonderes für euch, denn wir verlosen Spiele zum neuen Restart unseres YouTube Channels und wir zocken gerne, also möchten wir auch, dass ihr gerne zockt. Diese Woche haben wir ein Spiel für euch, das seht ihr jetzt hier und was ihr dafür tun müsst, um eine Chance zum Gewinnen zu haben, erkläre ich euch in diesem kurzen Video. Wir möchten gerne, dass ihr uns helft bisschen bekannter zu werden, dafür wollen wir euch auch gerne tolle Spiele schenken können. Also helft uns, macht mit, es gibt drei Möglichkeiten um in den Lost Top zu kommen für diese Woche und das sind einmal seid doch bitte ein Abonnent unseres YouTube Channels, sprich abonniert ihn, entweder hier oben links über den kleinen Button von let's play some games de oder über den Link und schreibt einen kurzen Kommentar direkt hier unter dieses Video. Dann wissen wir, ihr wollt in dieser Woche an diesem Spiel teilnehmen und damit habt ihr schon das erste los. Die zweite Möglichkeit, werdet Fan auf Facebook. Ja, wir haben unter facebook.com let's play some games unsere kleine Facebook Community und da müsst ihr nichts anderes tun als werdet ein Fan davon und teilt dieses Video. Jeder, der das Video geteilt hat innerhalb dieser Woche und Fan von let's play some games de ist, hat ein weiteres los. Das ist Facebook los. Und die dritte Möglichkeit ist, seid ihr auf Twitter, dann könnt ihr unseren Twitter-Account lpsg-de folgen und retweetet bitte eine Message, die hier auch unter beschrieben ist, nämlich, dass ihr gerne in dieser Woche an einem Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Damit habt ihr drei Möglichkeiten, dieses tolle Spiel gewinnen zu können und ich hoffe, ihr nehmt teil. Ihr helft uns, den Channel bekannter zu machen, denn je mehr Interessenten wir haben am Channel, desto mehr sind wir natürlich auch motiviert etwas zu machen. Ist doch klar, wir wollen zacken, wir wollen es euch zeigen, wir haben da Spaß dran. Aber je größer wir auch werden können, desto mehr können wir euch wieder zurückgeben. Also wartet nicht lange, helft uns, macht mit, seid teil davon und in den nächsten Wochen haben wir immer wieder neue Spiele für euch, die wir verlosen können. Also nicht eine einmalige Sache, sondern bleibt am Ball. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020